Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video von Fernbussimulator Teil 2. Heute fahren wir von Mainzer Bahnhof nach Köln Zopp. Und die nächste Folge ist den Bonn Busbahnhof von München und den Bonn Freiburg nach Konstanz. Was hat das wirklich gekonnt denn? Äh egal, wie konnte das eben besser? Los geht's. Irgendwann muss ich ihn ein bisschen in allgemeiner Torenraum pfuschen. So und so. 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 UndДа uh. Für die Grafik is seniors 17 hru connect. Er hat mich nicht mehr genutzt. Der Braus hat – wichtig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Sie haben diesen Film mit Keanu Reeves und Sandra Bullock auch zu oft gesehen? Untertitelung des ZDF, 2020 Darum soll man sich also anschnallen Untertitelung des ZDF, 2020 Mein Nagel ist angerissen Ich kann eine Taxi Die Fahrer, die besser fahren als Sie Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Ja, jetzt noch Flügel und wir heben ab. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.